Hallo liebe Zuschauer. Ich bin jetzt hier am Strand von Chamon, ziemlich nah schon an Chawang. Meine Drohne ist wieder startklar und das wird jetzt hier eine der letzten Flüge sein. Und dann ist komplett Chamon, der ganze Küstenabstrich ist dann gefilmt. So, ich musste gerade noch meine Drohne freischalten, weil wir hier ziemlich nah am Airport sind. Ich habe jetzt eine Flugfreigabe bekommen und jetzt kann ich auch meine Drohne starten. Also, ich habe jetzt eine Flugfreigabe bekommen und jetzt kann ich auch mal ein paar Sachen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich war damals mal mit meiner Ex-Frau Anna da drin, da hatte sie einen Auftrag gehabt, eine Hochzeit zu filmen und absolut genial, luxuriös, ausgestattet, Security, man kommt also gar nicht in dieses Viertel da rein, da muss man also vorne an der Schranke sich anmelden. Ja, das sieht schon toll aus, die ganze Poolanlage in 1A-Zustand, ist keiner grün. Ja, jetzt fliegen wir hier zum Strand runter. Wir haben halt heute wieder eine super Fernsicht, man kann also die Erdkrümmung quasi erahnen, also bis zum Horizont klare Sicht. Ich konnte also da eben auch von meinem Haus aus Kotao sehen und das ist 55 Kilometer entfernt. So, dann gucken wir mal, ob da unten jemand ist. Die Pools sehen ja schon mal toll aus, gepflegt. Aber wie bei den anderen auch, muss ich mich mal besser positionieren. Das ist jetzt hinten von der Bucht. Ah, da ist sie drauf. Ja, wir haben da eine relativ starke Brandung. Ich sehe also von hier aus, dass also bestimmt zwei, drei Meter hoch die Gicht hochgeht. Ich hoffe, dass meine Drohne jetzt nicht geduscht wird. Aber es sieht so aus, dass ich einen genügenden Abstand einprogrammiert habe. Wir können auch mal selber darauf achten, wie hoch der Verschmutzungsgrad hier an den Stränden ist. Ich höre immer, das ist so dreckig hier, bla bla bla. Ja, in einzelnen Buchten, ja hier, wo ich jetzt hier stehe, da sind auch ein paar leere Flaschen. Da reinigt auch keiner, aber größtenteils muss ich sagen, Kosamui, die Strände, wo schon mal ein Mensch da hinkommt, da sind sie relativ sauber. Vor allen Dingen jetzt, wo wir ja ein Jahr lang keine Touristen gehabt haben, muss ich sagen, sieht Samui schon sauber aus. Dass da hier und da mal eine Plastikflasche ist, das lässt sich ja nicht vermeiden. Aber ich habe so Filme gesehen von Bali-Katastrophe, wo jeden Tag da ein Meter hoch der Müll angeschwemmt wird. Wir sind Gott sei Dank nicht hier in so einer Strömung von einem Land, die den Müll ins Meer entsorgen. Das ist ja auch Bali, also Indonesien, die machen das ja gerne, dass sie die Flüsse voll kippen. Und dann, wenn Regen Zeit ist, dann geht dann alles ab in den Ozean. Und ihr müsst jeden Strohhalm aufsammeln in Deutschland und müsst dafür bezahlen. So, hier sind wir an dem Neubaugebiet. Ich kann nicht richtig erkennen, ob es fertig ist. Aber ihr bestimmt, wenn ihr das auf dem großen Fernseher seht. Also wenn die Poolanlagen voll Wasser sind, dann sieht es schon danach aus, da oben der Pool, der ist auch voll, dass sie soweit fertig sind. Ja, und ich glaube, letztes Jahr haben sie den fertiggestellt, die Anlage. Nochmal, das ist hier Shangmong. Das ist aber auch wieder eine Bettenburg. Ja, und hier sind die kleinen Bungalows nebeneinander geknallt. Naja, ich sag nichts mehr. Ja, jetzt müsste auch meine Drohne langsam in Sichtweite kommen. Ich hoffe, euch haben diese Bilder gefallen oder dieses Video. Ja, ich sehe sie. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie das alles funktionieren kann, so automatisch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr weiterhin meine Filme euch anseht und den Daumen nach oben bringt. Das ist immer gut für den Algorithmus von YouTube, dass ich also weiterempfohlen werde. Ja, hier fliegen wir gerade über so einen Strandabschnitt, wo der Strand ja nicht so sauber ist. Aber ich habe schon Schlimmeres gesehen. Nicht hier, sondern im Fernseher, in Bali unter anderem. So, da hat sie mich in Sicht. Können wir mal winken. Ja, liebe Zuschauer, wir sehen jetzt hier das Ende von der Bucht von Changmong. Da hinten ist Xiaoweng und Xiaoweng Neu. Wir haben sehr starken Wind im Moment. Ich hoffe, dass der Gegenwind nicht so stark ist, dass die Batteriekapazität nicht mehr ausreicht. Sie berechnet zwar, wie viel sie noch braucht, um nach zurückzukommen, aber natürlich kann sie nicht den Gegenwind berechnen. Ich habe jetzt noch eine Flugzeit von 16 Minuten. Ja, in diesem Bereich, da ist die Küste ziemlich raff mit Felsvorsprungen, aber hat wunderbare Buchten und Sandstrände so kleine. Richtig romantisch, wie ihr hier unten sehen könnt. Aber die Wellen, die klatschen da richtig dran. Ja, ich bedanke mich jetzt schon, dass ihr also so lange euch das angesehen habt. Das sind insgesamt drei oder vier Flüge gewesen, die ich tätigen musste, um das hier den ganzen Küstenstreifen Changmong abzufliegen. Hier nochmal eine schöne Höhenansicht. Ja, diese Insel an der linken Seite, die ist noch unbewohnt. Aber ich glaube, dass hier auf Samui nur noch eine Frage der Zeit, dass da auch einer anfängt zu bauen. Ja, wenn ihr jetzt ein Geräusch hört, das ist nicht das Mikrofon, da ist mein Herz, was jetzt so bocht. Mein Schatzi, meine liebste Assistentin, ist gerade bei mir gekommen. Meine Flugassistentin. Hier haben wir nochmal einen schönen Blick auf diese Bungalow-Anlage. Hier haben wir nochmal einen schönen Blick auf diese Bungalow-Anlage. Ja, unter Rücken ist auch niemand zu sehen, keine Touristen. Wir haben heute 30 Grad. Einig ein wunderbares Wetter, leicht bewölkt. Einig ein wunderbares Wetter, leicht bewölkt. Meine Assistentin kommt gerade zu mir und gibt den Schatten ihres Hutes über mein Display, damit ich den Flug kontrollieren kann und eventuell eingreifen kann, wenn das sein sollte. Ich hatte jetzt vor zwei Wochen die Begegnung mit einem großen Weißkopfadler, den hatte ich auch gefilmt. Das ist natürlich schon ein Moment, da geht das Jahr in die Hose rein, der hatte auch schon die Krallen rausgefahren, hat aber wohl mitbekommen, dass es nichts zum Fressen ist. Da hat man also schlechte Karten, wenn ein Adler absichtlich eine Drohne runterzuholen, das schafft er ohne weiteres. Hier auch keine Gäste, alles sehr still. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt schon einige kennengelernt, die die Quarantäne hinter sich gebracht haben und die sagen, lieber das, als jetzt in Deutschland zu hängen, jetzt bei dem schlechten Wetter und eben halt hier die Freiheit zu genießen, die Freiheit dahingehend, dass wir ja hier auf unserer Inseln, Koh Phangan und Koh Tao und Koh Samui keinen Corona-Fall haben. Die Drohne ist jetzt nur noch ein paar hundert Meter entfernt und hier am Ende an dieser Sandbank-Zunge könnt ihr auch einige Fischerboote sehen. Die reparieren da gerade ihre Fischerboote. Die Flugzeit haben wir noch für die Batterie zehn Minuten und da sehe ich also keine Probleme. Im Übrigen ist das ja alles vorher simuliert worden am Computer, die Flugstrecke. Die Drohne fliegt jetzt autonom. Jetzt müsste ich auch langsam meine Mavic Pro sehen. Ja, da seht ihr genauso schon die Fischerboote und an der Spitze der Landzunge. Ja, ich sehe sie schon. Sie hat den Weg zurückgefunden und ich hoffe, euch hat das ein bisschen Spaß gemacht, Erinnerungen ins kalte Deutschland zu bringen. Wie schön noch Koh Samui sein kann. Darling, there is the drone. Und hier möchten wir uns, wenn die Drohne jetzt gleich hier gelandet ist, so, den Abbruch. Ja, wir zwei Hübschen, wir hoffen, dass euch der Flug gefallen hat über Chamomong, über die ganze Beach. Es sind drei oder vier Flüge jetzt notwendig gewesen dafür, aber es macht mir Spaß. Und ich hoffe, dass ihr ein bisschen ins Träumen gekommen seid. Ja, wie soll ich sagen, es wird noch immer besser hier auf Samui. Durch die Ruhe, die hier gewesen ist, einige Hotels haben auch renoviert. Habt ihr ja bestimmt auch gesehen. Und die ersten, die kommen, die werden ein ganz neues, ruhiges Samui vorfinden, wie es vor 20 Jahren gewesen ist. Okay, wir sagen Tschüss. Tschüss.